Unzureichende Lesekompetenz ist ein großer Nachteil für SchülerInnen in der Klasse. Lesen zu können stellt eine Schlüsselkompetenz dar, denn in vielen Fächern ist man sonst mit Lernschwierigkeiten konfrontiert. Diese Gefahr wurde erkannt. In Berlin wird jetzt auch mit dem Bücherkoffer gegengesteuert. Die Schulkinder können diesen mit nach Hause nehmen und mit ihren Eltern im vertrauten Zuhause lesen üben. Die Kinder sind von dem Konzept begeistert. Weil ich dann lesen kann und dann auch verschiedene Bücher lesen kann, mit mehreren Sprachen und so. Weil da drin sind so Sachen, was ich lernen kann und ich lerne lesen. ExpertInnen empfehlen daher, Maßnahmen zur Sensibilisierung und Motivation von Eltern zum Vorlesen so früh wie möglich anzusetzen und kontinuierlich durchzuführen. Vor allem, vorleseferne Familien sollten noch stärker fokussiert und in ihren Lebenswelten angesprochen werden. Ich fand es ganz toll. Also auch generell würde ich sagen, auch ältere Kinder hätten wahrscheinlich auch genauso viel Freude und wären an diesen Koffer interessiert, vielleicht noch ein bisschen angepasste Themen. Aber grundsätzlich, ich finde die Idee super, auch mit, wie gesagt, mit diesen verschiedenen Sprachenthemen. Also da ist für jeden etwas dabei. Genau hier setzt das Bücherkofferprogramm an. Durch die mehrsprachigen Bücher, die mit dem Koffer in die Familien rollen, sollen die Eltern zum Vorlesen motiviert werden. Die LehrerInnen sind von den Leistungssteigerungen überzeugt. Das ist eine Bereicherung. Ich habe den tatsächlich beim Spazierengehen auch schon im Mauerpark gesehen, dass Kinder den nach Hause gerollt haben. Und ich denke mal, der ist hier gut unterwegs und kommt gut an. Ja. Also ran und ja, alle Schulen bestellt den Bücherkaufer. Klar logisch, dass die Kinder einfach flüssiger lesen lernen. Und das kann man in der Schule oft nicht so gut üben wie zu Hause. Und deswegen ist es gut, wenn die Kinder Anreize bekommen in Form von Büchern, die sie vielleicht auch nicht kennen, weil es die in ihrer Kultur so nicht gibt. Und die den Bücherkoffer dann mit nach Hause nehmen können und zu Hause weiterlesen. Und im besten Falle jeden Tag mindestens zehn Minuten. Durch das Bücherkofferprogramm wird Mehrsprachigkeit in der Klasse aufgewertet und die Fachkraft im Umgang mit Mehrsprachigkeit positiv bestärkt. Die Schulverwaltung weiß, welche Art von Bücher in den Koffer gehören. Auf jeden Fall Kinderbücher. Kinderbücher auch aus den Herkunftsländern unserer Schülerinnen und Schüler. Das ist auch eine Frage der Wertschätzung. Unsere Schulen müssen sich auch dahin öffnen und öffnen sich natürlich auch vielfältig dahin, woher kommen ihre Schülerinnen und Schüler einfach. Das erleichtert auch den Kindern später das Lernen. Und das ist ja das Ziel auch von Schule, dass sie auch in Schule erfahren, dass ihre Kultur über Kinderbücher Märchenbücher, was auch immer, Teil unserer Kultur ist. Aufwachsende Kinder kommen durch die mehrsprachigen Kinderbücher mit anderen Sprachen in Kontakt und lernen andere Sprachen und Sprachenvielfalt kennen und wertschätzen. Wissen, Lernen, Kenntnisse, Schätze, die jedes Kind sein Eigen nennen kann. Durch die Bereicherung des Bücherkoffers.